Hallo! Bei wichtigen menschlichen Organen denken wir meist zuerst an Gehirn, Herz oder Lunge. Aber der menschliche Organismus ist ein Zusammenspiel von viel mehr Organen. Zwei bedeutende Organe sind dabei die Leber und die Niere. Ohne Leber könnte der Körper keine lebenswichtigen Nährstoffe herstellen und ohne Niere müssten wir wahrscheinlich 100 Liter Wasser am Tag trinken, um zu überleben. Wie und warum das so ist, erfährst du in diesem Video, in dem wir Aufbau und Funktion von Leber und Niere näher unter die Lupe nehmen. Die Leber liegt in der rechten Körperhälfte, direkt unter dem Zwerchfell, und sie wiegt ca. 1,5 kg. Eine Furche unterteilt sie in einen kleinen linken und in einen größeren rechten Leberlappen. Direkt unter der Leber schließt die Gallenblase an. Über den Gallengang ist sie mit dem Zwölffingerdarm verbunden. Eine wichtige Aufgabe der Leber ist die Umwandlung von Nährstoffen aus der Verdauung. So wird über die sogenannte Pfortader nährstoffreiches Blut von den Verdauungsorganen zur Leber transportiert. Dort werden die Nährstoffe, wie im Blut gelöste Zucker in Form von Glykogen, gespeichert. Auf diese Energiespeicher kann dein Körper dann jederzeit zurückgreifen. Aber auch aus den Verdauungsorganen aufgenommene Fremdstoffe, Medikamente oder Gifte wie Alkohol werden zur Leber transportiert, jedoch nicht gespeichert, sondern abgebaut. Dasselbe geschieht auch mit den alten roten Blutkörperchen. Die Leber ist damit unser zentrales Abbauorgan. Neben dem Abbau produziert die Leber einen halben Liter Gallenflüssigkeit pro Tag. Diese wird in der unter der Leber liegenden Gallenblase gespeichert. Nehmen wir über die Nahrung viele Fette auf, wird die Gallenflüssigkeit über den Gallengang in den Zwölffingerdarm abgegeben, um dort die Fette unserer Nahrung zu verdauen. Auf der Körperrückseite an der Wirbelsäule im Thalienbereich liegen die beiden Nieren. Sie wiegen etwa 150 Gramm, haben die Form einer Bohne und sind etwa faustgroß. Sie sind von einem festen Bindegewebe umgeben, das ihnen Schutz vor Verletzungen und Stößen gibt. Harnblase und Niere sind über den Harnleiter direkt miteinander verbunden und bilden gemeinsam die Einheit der Harnorgane. Im Blut vorhandene Abfallstoffe werden von der Niere wie bei einem Sieb aus dem Blut filtriert und über den Harnleiter und die Harnblase als Endharn ausgeschieden. Täglich durchläuft dein Blut 300 Mal diese Filterung der Niere. Das sind 1500 Liter am Tag. Blutkörperchen und Eiweiße werden bei der Filtrierung zurückgehalten, damit du diese nicht verlierst und ständig neu produzieren müsstest. Im ersten Schritt werden von den 1500 Litern Blut circa 150 Liter herausfiltriert. Der sogenannte Primärharn. Dies wäre jedoch ein viel zu großer Flüssigkeitsverlust und der Großteil an Wasser und anderen wichtigen Nährstoffen wird wieder zurückgewonnen. So bleiben am Ende nur noch 1,5 Liter Endharn aus Harnsäure und Abfallstoffen übrig. Wäre dies nicht so, müssten wir jeden Tag circa 100 Liter Wasser trinken. Mit diesen Funktionen schützt die Niere den Körper vor Vergiftungen mit Abfallstoffen, ohne dass wir dabei verdursten. Die Niere ist damit unser Reinigungsorgan. Leber und Niere sind wichtige Abbau- bzw. Reinigungsorgane. So wandelt die Leber Nährstoffe wie Glucose zur Speicherung und Bereitstellung in Glykogen um und baut Gifte wie Alkohol, Medikamente und andere Fremdstoffe im Blut ab. Unsere Niere filtriert ununterbrochen unser Blut, bis am Ende nur noch Abfallprodukte übrig bleiben, die dann über Harnleiter und Harnblase ausgeschieden werden können. Damit schützt sie uns vor Vergiftungen. Dank der hohen Rückgewinnung von Wasser beim Filtrieren müssen wir nicht hunderte von Litern am Tag trinken. Das wäre ja auch unmöglich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020